Attribute in C-Sharp dekorieren Code-Elemente, welche durch Reflexion zur Laufzeit abgefragt werden können. Diese Attribute können zusätzliche Informationen ergänzen und es kann prinzipiell zwischen vordefinierten und benutzerdefinierten Attributen, zu englisch costume, unterschieden werden. Beide Arten erben von der Basisklasse Attribute. Die Informationen und Methoden zum Abrufen und Testen des Attributes bereitstellt. Zum dekorieren von Code mit Attributen werden die eckigen Klammern verwendet und in diesen die Bezeichnung der Attributsklasse eingesetzt. Serializable und Obsolete gehören zu den vordefinierten Attributen. Reflection ist das Inspizieren und Manipulieren des Codes zur Laufzeit. Es können sogar neue Typen zur Laufzeit erstellt und verwendet werden. Dafür wird das Assembly benötigt, das den kompilierten Code zur Laufzeit repräsentiert. Von diesem Assembly können wir uns alle Typen geben lassen. Die werden in der Variable Types gespeichert, durch die wir anschließend mit einer ForEach-Schleife durchgehen. Und von jedem Typen können wir uns dann den Namen anzeigen lassen. Und so ein Type enthält auch jede Menge Informationen. Wir können aber dann von so einem Typen eben auch zum Beispiel alle Konstruktoren uns zurückgeben lassen. Alle Events, alle Methoden, alle Eigenschaften. Und hier ist nun die Liste aller Typen, die diese Anwendung enthält. Aber meistens sind wir nicht nur an einer Liste interessiert von allen. Manchmal möchten wir eben einen bestimmten Typen oder bestimmte Typen, die ein bestimmtes Attribut enthalten, verwenden. Und dafür könnten wir dann durch alle Typen durchgehen. Und bei jedem Typen lassen wir uns die Attribute, die selbst definierten Custom-Attribute zurückgeben. Und überprüfen dann das Attribut eben, ob es zum Beispiel sich dabei um dieses Attribut handelt. Und in dem Fall lassen wir uns den Namen an der Konsole anzeigen. Im zweiten Beispiel gehen wir ähnlich vor. Wir gehen mit einer V-Eat-Schleife durch alle Typen von der Assembly. Wir überprüfen, ob es sich bei dem Typen um eine Typ handelt mit dem Attribut Test-Klassen-Attribut. Und wenn das der Fall ist, geben wir den Namen an der Konsole aus. Es wird genau dieses eine Test-Projekt hier gefunden. Das enthält auch zwei Methoden. Die machen erstmal nichts, haben aber auch jeweils ein Attribut. Und wir können dann von dem Typen sagen, bitte gib uns alle Methoden, die dieser Typ beinhaltet. Und mit einer erneuten, geschachtelten V-Eat-Schleife gehen wir dann durch alle Methoden durch. Lassen uns von jeder Methode alle benutzerdefinierten Attribute zurückgeben. Und überprüfen, ob es sich dabei um so ein Test-Methoden-Attribut handelt. Falls das der Fall ist, erstellen wir eine neue Instanz, damit wir diese Methode ausführen können. Oder anders gesagt, die Invoke-Methode aufrufen können. Und zum Ausführen benötigen wir eben eine Instanz. Die übergeben wir hier als ersten Parameter. Und der zweite Parameter ist in diesem Fall einfach ein leeres Array. Okay, wir führen das Ganze aus und sehen, wir haben jetzt durch Reflexion diese beiden Methoden hier ausgeführt. Natürlich ein riesen Aufwand, auch von der Laufzeit und Performance her jetzt nicht sinnvoll. Sicher nicht besser als das direkte Aufrufen der Methoden. Aber das hat halt viele verschiedene Einsatzzwecke. Nicht nur das Markieren und Identifizieren von Code-Stücken, sondern wir können eben noch zusätzliche Informationen in solche Attribute reinpacken. Und dazu verwenden wir den Konstruktor eines solchen Attributes. Wir könnten jetzt zum Beispiel in diesem Attribut zwei Eigenschaften definieren. Ein String mit dem Namen vom Entwickler und eine Double-Versionsnummer. Und dann erstellen wir einen Konstruktor. In diesem Konstruktor übergeben wir diese beiden Werte. Und jetzt würde sich das Programm erstmal nicht mehr starten lassen, denn hier ist jetzt bei diesem Attribut, ist es zwingend verpflichtend, im Parameter die im Konstruktor definierten Werte zu übergeben. Das heißt, wir brauchen hier erst einen String und dann eine Versionsnummer. Dasselbe hier bei diesem Attribut. Und jetzt können wir auch hier hingehen und wir haben ja hier verschiedene Methoden, von denen wir schon überprüft haben, dass es sich dabei um ein solches Testmethode handelt. Und dann fügen wir hier halt eine zweite Bedingung ein. Und zwar wollen wir, dass jeweils dieses Attribut, dem müssen wir jetzt nur sagen, dass es so ein Testmethoden-Attribut ist. Diesem Attribut, da müssen wir nochmal eine Klammer drum herum setzen, damit wir quasi hier die Reihenfolge richtig beachten. Und jetzt können wir nämlich sagen, dass hier, hier handelt es sich um so ein, wenn man sich nur nicht verschreibt, um so ein Version-Ding. Und wir sagen jetzt zum Beispiel, führe das nur aus, wenn die Version größer als 2.0 ist. Nur dann sollst du diese Methode ausführen. Und dann schauen wir nochmal hoch. Also würden wir jetzt erwarten, dass nur die zweite Methode ausgeführt wird. Starten das Ganze und sehen, es verhält sich auch genauso wie erwartet. In dieser Attributs-Klasse im Konstruktor machen wir jetzt kurz noch eine Konsolen-Ausgabe. Sagen hier Konstruktor, hallo. Und dann tun wir halt kurz den Dev hier reinsetzen und die Version. führen das Ganze nochmal aus und sehen jetzt, der Konstruktor wurde zweimal aufgerufen. Und da wird nämlich dann aufgerufen, genau in dem Moment, wo das Attribut hier das erste Mal durch die Reflexion aufgerufen wird. Es ist nicht notwendig, dass diese Methode irgendwie ausgeführt wird, sondern dieses Attribut wird eben angesprochen, erst in dem Moment, wo ich in der Reflexion dieses Attribut benötige. Davor existiert es nicht und wenn die Anwendung es nicht weiter braucht, dann wird es auch gar nicht erst aufgerufen.